Die zweite heiße Phase der diesjährigen Champions League ist eingeläutet. Ab jetzt gibt es nur noch K.O.-Spiele auf höchstem Niveau. Nur wer gewinnt, kommt auch weiter. Ab geht's! Tout à l'heure! Er steckt ihn durch. Er läuft ins Abseits. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Also diese Leistung die ist nicht schwach, die ist schlicht und einfach unterirdisch. Kein einziger Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Allein gegen alle, er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Ich weiß nicht, wo genau er in diesem Moment mit seinen Gedanken war. Ich weiß nur, es war der falsche Out. Drill das Ding! Es hat lange gedauert, bis sie endlich mal ins Fahrt gekommen sind. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Und schöner kann man das nicht machen. Weit nach draußen gespielt. Er bringt die Flanke. Treffer versenkt! Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Eine Millimeter genaue Flanke. Perfekt verarbeitet. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Sauber verteidigt. Der Ball kommt durch. Joao Moutinho hat gut aufgemacht. Sie hören es. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's. Die Gäste fahre mit einem großen Vorteil im Gepäck nach Hause. Sie haben heute richtig hoch verteidigt und sie haben das Ding am Ende gewonnen. Also der Trainer hat alles richtig gemacht.